Der Schritt zurück ist unglaublich wichtig und wesentlich. Ich möchte es ergänzen, um den ganzen Spruch von ihm, also nicht hinein und hinunter, sondern hinaus und nach oben zu blicken. Das ist sozusagen das Wesentliche. Und ich möchte es zusätzlich ergänzen, um auch die Kommunikation und den Kommunikationsaspekt. Du hast jetzt nach außen und nach oben geschaut und hast für dich einmal eine erste Analyse getätigt und dann musst du in die Kommunikation mit dem Team hinein, aber auch mit deinem Vorgesetzten, mit deiner Vorgesetzin, deine Erkenntnisse einmal teilen und einmal zu besprechen, wo könnte das eigentlich hinführen? Siehst du das richtig? Siehst du vielleicht Dinge nicht, die in größerem Zusammenhang stehen und da sozusagen dann deine Initiativen daraus ableiten, damit du dann eben in der Lage bist, du reagierst jetzt einmal auf dieses Problem und kommst dann in die Situation, dass du eher fähig bist zu agieren auf die Sachen, die dann halt so im Vorbeigehen auch kommen. Und da kann man wirklich also diese Kommunikation nicht überbewerten sozusagen. Also es gibt, noch ganz selten ist zu viel über was gesprochen worden. Finde dich dort ein sozusagen, finde den Weg zu deiner Führungsebene und finde den Weg nach unten zu deinem Team, um da ein gutes Gefühl zu haben.